so dann da sind wir wieder und ich bin versprochen machen wir weiter und verkünden jetzt die Stadt da ist die Arena suche gerade neue Batterien, weil der Generator also ist TK kann es sein dass die Stadt hier verwirrend ist hier fängt es an dann mache ich von links und so hi ich will bei der nächsten Germany Snacks Top Trank teilnehmen ok ich wollte schon sagen ich weiß nur nicht genau wie man einen Trank besonders hübsch macht oh hallo herzlich willkommen in der Welt der Abenteuer willkommen in Trudel Lines Kücherlager hallo wer sind sie denn ich bin die Truder ich leite diesen hinreißenden Buchladen jetzt bin ich verarschend hier das ist ein Buchladen ok wenn du etwas brauchst wähle einfach das Objekt ein ok ok ich hasse es zu beschert lautmengen Elk dann werde ich aber nur so gut so gut wie es seit China alles konnte verschiedene hälfte Sinne ja ja na 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 zum fangen von popen und zu kommen wie kann ich jetzt bin die finsterweil heilball levelball das hat es interessanter die bieten alles für weitere Wie kann ich denn helfen? Ja, so sieht's aus. Im Ölchen heilen deine Arche. Guck mal, was hier drin ist. Okay. WTF, mein Lieber? Ach, geil. Gerade ausgestanden, sondern... Ähm, ja, genau. Gagabubu. Ach, fuck. Bildertricks. Ach ja, mein Baby liebt die Großstadt. Allerdings wird es hier nie... Ähm, warum denn nicht? Weil es bald geopfert wird, um einen großen Lord wiederzunehmen. Was? He, gah... Oh. Kann ich da nicht helfen? Okay, nein. Ähm... Sieh, nilberen. Dum, 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 dum... BK Gr... Ha, 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 nilberen. Ist mir egal, ob das Leben guterlich ist. Wenn mein Tommy unterwegs ist, kümmere ich mich um seine Enkelin Daisy. Wenn ich groß bin, werde ich mal eine politische Prinzessin. Mein Opa zeigt mir schon, wie das geht mit dem Herumkommandieren. WTF? Geliger Ferkel? WTF? Schweinschnitzel? Was? Okay. Ah, meine Nase. Ach, ticke. Loll. Zahde. Ah, katz, katz, katz. So, weiter geht's. Komisch. Abgeschlossen. Nanu. Die hängt im Zettel. Bin gerade im Pokémon Center in Tetra. Weht noch eine Weile lang, bis ich wieder da bin. Silvia. WTF? Welters? Ah, das sieht groß aus. Hotel in Zettel. Guten Tag. Wie kann ich dir helfen? Nimm mich doch bitte, Ronja. Okay, Ronja. Was hast du mir zur aktuellen Lagerie des Hotel erzählen? Auch ja, zum einen bieten wir hier einen Raum für alle Leute. Player an, die von der Pokécom oder der E3000 von Zeno hierher kommen. Wäre es nicht schlauer, so ein Hotel in Zeno aufzumachen, immerhin müssen die Gäste ein Stückchen fliegen um hierher zu kommen. Manche Urlaubaren ist es wert. Außerdem sind die Zeno-Hotels immer überfüllt, da dort alle durch die doppelten Bildschirmen vorhanden sind. Ah, okay. Mehr wollte ich nicht. Das war's. Gibt ja auch was. Wow. Ja, zu Ihren Rechten finden Sie unseren Cafeteria, so wie es sie bisher exklusiven Speise aus anderen Regionen servieren und bekommen. Das war's. Unsere neue Fischöre ist das neue Regenmaß. Gibt's hier alles? Gibt's hier alles? Okay. Eine Antwort. Schwer! Hä, was? Mohaha, ich weiß was das bedeutet und du weißt das nicht. Los. Hm. Nur weil ich eins mal auch Versehen bei einer die halbe Welt verstört habe, darf ich mir kein Stratos-S kaufen. Das ist so gemein. Da habe ich verheißen, der hat die Welt verstärkte Nachricht, der sich auf das her... Ja. Noll. So, ich dachte schon. Brauchen. Was gibt's hier? So. Hey! Quatsch mich! Nichts vor so von der Seite an. Die Arena in dieser Region ist viel schöner als meine Inseln. Mann. Ich muss mich jetzt voll essen. Hö, hö, hö. Ich fiel mir das Essen für Galle mit Leo. Achso, okay. Ähm. Bill ist zwar nett, aber er ist sehr angeberisch, seitdem er mit seiner Rolle als Pipi erfolgreich war. Hey, Leute. Ist keine Autogrammstunde. Hey, hey. Was? Okay. Ich habe ein Ding. Ach, da bist du ja bloß. Hast du das Buch gefunden? Ja, hier. Hast du es. Ach, das ist großartig. What the fuck? Ich hab zwar nichts gelesen, dass wir ein Buch aufgenommen haben. Okay. Warte, ich lese es mir ganz gut zu euch. Einen Moment später. Achso, das Buch erklärt einiges. Was denn? Hier steht ein Titel der vorgeschrittenen Vorgeschichte. der Evoli. Evoli. Evoli ist einer der wenigen Pokémon, die ihr eigenes Dorf besitzen. Dieses Dorf wurde vor Jahren von einem Abenteuer namens Blue erholt. Aha. Ja. Oh, das hat jeder Pokémon mehr als nur. Tiere sind vor, denen sie jahrelang Angst hatten. Sie fingen an, die Pokémon in den Käfigen zu sperren. Mehrere. Mehrere Jahrzehnte ging es gut. Jedoch kann. Weiter bin ich noch nicht. Aber. Weißt du, erledigst du erstmal TK die Arena-Seite. Von Valvasia. Okay. Gut. Dann auch wieder wieder. Dann auch wieder wieder. What the fuck? Was glaub ich da? TK werde ich so mit Leichtigkeit fertig machen. Aber ich seh es kommt. TK hat. Was für Level Pokémon. 20 Milliarden. 130 macht kein Plan. Geht's nicht mehr, ne? Ah doch. Ähm. Wie kann man kochen ohne einen Kühlschrank zu haben? Liebe Hände. Ah, sorry. Aber ich nehme hier gerade Minecraft auf. Wenn du mich weiter zerstören wolltest, werf ich dich einen Schaufel an den Kopf. Okay. Und wie will er eine Schaufel nehmen? T3 Dss 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 D wa bathroom. Trim Thm Du Ich damit ishna nur sein so sehr viele leute meine kinder sind echt die besten das durch ihn nicht glauben ach ja heute abend super pikachu 47 noch mal was meine ich wüsste klingt was wie ein tollett mein bruder macht mich kannst du ihn nicht schweig nein sonst müsste ich ins gefängnis jetzt der letzte stopp aber trotzdem was wie wir haben diesen buch aufgesammelt da kann ich mal ja oder nein oder was es gibt dieses buch mein leben zieht an mir vorbei meine frau betrügt mich mit einer exe ich schaum für hier jetzt runter ach diese verdammten spiel die grenze mann nur wer bist du denn wer bist denn du ach egal danke dass du mir und absichtlich dein ohr geliehen hast hier hast du etwas in dieser welt ist es wohl sowieso wie ein level ab jetzt wo meine frau mit der exe durch die branche ist brauche ich ihn eh nicht mehr ich geh die lieber die lieber die 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 du das he ja du Ich warte gerade darauf, dass meine Julia ans Fenster kommt, damit ich sie spitzel. Ach, ich beobachte, beobachten kann, kann dann, ah, na, diese Stadt ist zu groß, viel zu groß, warum tue ich die Stadt beobachten? Eins, war ich eine wichtige Person, nun bin ich ein personierter Pokémon, weißt du? WTF, niemals. Bodo, ich bin der Rülpsmeister der ganzen Region. Wurps, öps. Hallo junger Mann, ich wasche den ganzen Tag ab und komme nicht dazu, Kräuter zu vermitteln. Möchtest du eine, hm, warum nicht, wofür ich die Kräuter denn? Du musst im Matze Forest durch, wenn man sie essen, wenn es ein Kraut ist. Okay, ich bringe dann, hm, hm. Die Quests werde ich nicht machen, weil ich sowieso nicht das erste durchgelesen habe, was sie machen müssen und jetzt mache ich das auch nicht. Okay, ach, da ist das ein Leben, nachdem ich das Battle Frontier gewonnen habe. Ich werde ich jeden Teil von meiner Frau bekommen. Das richtige Anwenden der Pokémon-Shop wird einfach. Boah, wie groß ist diese Stadt. Hm. Weißt du, wie schwer das ist, eine Gamma-Familie zum Kochen? Eine Gamma-Familie, okay. Schnarch. 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 Ernsthaft. Sabah, hey Serena und May, wir hören mir, du wirst sie nie, was? Du wirst sie nie, niemals bekommen. Niemals. Hallo, mein Partner befindet sich im Nebenhaus. Ich nehme hier Batman, Akne, Asylenum auf. What the fuck. Ander im Haus, what the fuck. Wahrscheinlich da ist noch ein Haus. Nein, doch. Also, wo bin ich eigentlich? So, Beutel. Warte, so. Beutel. Blub, 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 blub. Äh. Ich bin nicht hart. Ah. Ah, ich verfasse das. Mann, oh Mann. Hallo, mein Junge. Weißt du, wie man... Äh, ja, warum nicht? Also, sie müssen da... ...das Gruber mit dem E anklicken. So. Genau, und jetzt geben sie in den weißen Balken, was sie suchen möchten. Okay, dann mal sehen. Das ist ein Hick. Okay, das hätte ich Ihnen auch sagen können. Was sagst du da? Ach, schon gehört. Dafür hast du dir was verdient. Hört ihr. Willst du mich verarschen? Was hab ich... Ey, sag mir jetzt nicht, das ist die Karte. What the fuck? Sinn? Ah, Server. Ah. Ah, ticke, ticke. Ja, damals, da sahen die Städte noch schwarz-weiß aus. Im Telefon. Sprechanlage ist kaum mir verdeckt. What the fuck? What the fuck? Tat, tat, tat. Warum ist dieser Arena-Leiter so wie ein Duselgur? Uh, ticke. Hm. Oh, wer bist du denn? Ich weiße Blur. Was willst du hier? Ich komme von Kai. Was? So. Hast du meinen Bruder getroffen? Ja, hab ich. Und wie geht es ihm? Gut. Oh, das freut mich. Hier bekommst du etwas. Ähm. Ähm. Ja. Der kann mir nicht ansprechen. Trainer, sei ruhig. Ich schaue mir gerade an, wie mein Pokémon zuzählt. Das ist die Schwesteraufgabe. Halt, Mul. Ich bin gerade in einem wichtigen Krieg. Das sind Pokémon-Karten. Halt mal. Kampf heißt Kampf. Oh nein. Ich werde weggekriegt. So weggeschleigt. Schnell auf, alter Mann. Schnell auf. Ob mein Bruder wohl noch lebt? Wir wissen das nicht. Okay. Pachirizo. Pachirizo. Schau dir mein knuffiges Pachirizo an. Mein Papa ist deswegen extra nach Sonoma gereist. Er sagte, es war ein Kinderspiel. Ach wirklich? Das war ganz schön schwer, dieses Pachirizo zu bekommen. Ich musste am Ende sogar Cynthia um Hilfe bitten. Ja. Nur weil du so schlecht bist. Mein Mann ist nun endlich zurück. Er tut echt viel für unsere Tochter. So viel, was du durch kein Pachirizo hat. Ah, hier geht's raus. Okay. Ah, da. Hier ist was. Okay, ich da auch erstmal. Verschlossen. Ah, warte, jetzt wäre nicht mal tot und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah.